Hallo Leute, die heutige Geschichte ist ein Winterspaziergang, also schauen wir uns die Geschichte an. Es war ein kalter Wintermorgen. Paul beschloss, einen Spaziergang durch den verschneiten Park zu machen. Der Schnee glitzerte im Morgenlicht und die Bäume waren mit einer dicken, weißen Schicht bedeckt. Paul zog seine warme Mütze und Handschuhe an und trat hinaus in die stille, frostige Luft. Der Schnee knirschte unter seinen Stiefeln und sein Atem bildete kleine Wolken vor seinem Gesicht. Im Park sah Paul, wie Kinder fröhlich Schneemänner bauten und Schneebälle warfen. Er lächelte, als er die Freude in ihren Gesichtern sah. Weiter vorne entdeckte er ein paar Vögel, die auf der Suche nach Futter durch den Schnee pickten. Paul ging zu einer Bank und setzte sich, um die winterliche Landschaft zu genießen. Es war so ruhig, nur das entfernte Lachen der Kinder und das leise Rascheln der Zweige im Wind waren zu hören. Die Welt schien für einen Moment stillzustehen. Er dachte darüber nach, wie der Winter eine besondere Zeit der Ruhe und Besinnung war. Es war eine Zeit, in der die Natur sich ausruhte und sich auf das neue Jahr vorbereitete. Paul fühlte sich friedlich und dankbar für diesen Augenblick der Stille und Schönheit. Nach einer Weile stand Paul auf und machte sich langsam auf den Heimweg. Mit jedem Schritt fühlte er sich erfrischt und glücklich. Der Winter war wirklich eine wunderbare Jahreszeit, dachte er bei sich und freute sich schon auf seinen nächsten Spaziergang durch den verschneiten Park. Alles gut? Gut. 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 Vielen Dank.